So, die Programm Nummer 8 dieser Rondo wird also vom Start verwiesen, war nicht dazu zu bewegen, den Startplatz nochmal zu beziehen. Dort gibt es nach Bekanntgabe der Quoten ihre Wetteinsätze zurück und mittlerweile ist alles startklar. Und Boxentüren ja auch für die Rehmagen Ostertroffi an der 1850 Meter Marke. Im Scheibenstraßenbogen sind die Pferde also unterwegs. Senador mit der Rennerfahrung übernimmt hier direkt die Spitze vor Anfield an der Außenseite. Skylo dahinter in dritter Position. Murray ist viertes Pferd, begleitet von Navarra Storm. Außen davon sehen wir dann Bebeto, dahinter Wilmot vor Real und letztes Pferd ist zunächst einmal Alisto King. So geht es die Gegenseite hinunter an der 1400 Meter Startmarke, mittlerweile vorbei. Senador zeigt den Weg, führt mit exakt einer Länge Vorteil vor Anfield. Innen dann die Itlinger Farben von Skylo in dritter Position. Viertes Pferd Navarra Storm, fünfter ist Murray, sechster innen Real, siebter außen davon Bebeto. Achtes Pferd ist Wilmot und neunter und letzter bleibt zunächst einmal Alisto King. Ausgangs der Gegenseite über den Übergang geht es mittlerweile, das heißt 1000 Meter bis zum Zielpfosten exakt noch zu absolvieren. Senador führt vor Skylo, vor Anfield, vor Murray, vor Navarra Storm, wenig Positionsveränderungen. Dann Wilmot, außen Bebeto macht ein wenig Boden gut, dann Real und Alisto King nach wie vor letztes Pferd. Es schließt aber alles dichter zusammen, wo es in Richtung der langen Kölner Zielgeraden geht. Gute 650 Meter noch zu absolvieren. Senador vor Anfield, der lässt sich als erster reiten. Skylo innen aktuell so ein bisschen zum Zuschauen verdammt. Jetzt ist die Lücke aber da für Andra Stark und der bringt den Favoriten hier jetzt sofort in Angriffsposition. Außen Bebeto dahinter versucht dann Murray nachzusetzen und dann kommt auch Wilmot besser in die Partie. Vorne ist es an der Innenseite Skylo, der muss sich aber mächtig strecken gegen die Attacke von Bebeto. Murray an der Innenseite läuft ein tolles Rennen. Wilmot außen dringt nicht so recht durch und dann kommt Real hier noch besser in die Partie. Skylo ist vorne vor Murray an der Innenseite. Bebeto außen, Wilmot jetzt nochmal mit der nächsten Luft. Skylo ist vorne vor Murray, Real, dann Bebeto, Wilmot außen. Skylo, das ist harte Arbeit für Andra Stark, aber er wird seiner Favoritenrolle gerecht hier. Skylo gewinnt gegen Murray, dahinter ist es Bebeto vor Wilmot, vor Real, dann erst Navarra Storm, Alisto King, Senador und Anfield.